Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video werde ich dir 10 wichtige Tastenkürzel zeigen, die du in deiner Arbeit am Computer jeden Tag viele Male einsetzen kannst. Wenn du dir angewöhnst, mit Tastenkürzel zu arbeiten, wirst du merken, dass du viel Zeit sparen kannst, weil du deine Hände nicht ständig von der Tastatur an die Maus oder ans Trackpad und zurück bewegen musst. Ich zeige dir diese Tastenkürzel sowohl für den Mac als auch für Windows. Alle diese Tastenkürzel sind auf beiden Systemen gleich oder zumindest ähnlich. Bevor wir starten, siehst du hier noch zwei Tastaturen in der Übersicht. Schau dir genau an, wo die verschiedenen Tasten sind, die gleich erwähnt werden. Oben ist eine Windows-Tastatur und unten eine Mac-Tastatur. Hier kommen zunächst mal sieben Tastenkürzel, die praktisch in allen Programmen sowohl auf Windows als auch auf dem Mac funktionieren. In einem beliebigen Fenster, bei dem es etwas zu bestätigen gibt, zum Beispiel OK oder hier Speichern, kann man die Enter-Taste drücken, anstatt den Button zu klicken. Genau so funktioniert es mit Abbrechen. Ich muss nicht mit der Maus auf die Abbrechen-Taste, sondern kann hierfür die Taste Escape verwenden. Um etwas zu kopieren, markiere ich es und anstatt den Rechtsklick kopieren zu machen, drücke ich Command-C oder auf Windows-Steuerung-C. Zum Einfügen entsprechend Command-V oder auf Windows-Steuerung-V. Wenn ich etwas an dieser Stelle löschen und woanders einfügen möchte, drücke ich nicht Command-C, sondern Command-X für Ausschneiden und Command-V wieder zum Einfügen. Zum Speichern drücke ich Command-S auf Windows-Steuerung-S und kann dann hier beim ersten Mal einen Namen vergeben. Wenn ich weiter speichere und Command-S oder Steuerung-S drücke, wird immer die aktuelle Version gespeichert. Das sollte ich immer wieder tun, wenn ich mit einem Dokument arbeite. Um zwischen Programmen zu wechseln, die gerade offen sind, drücke und halte ich auf dem Mac die Command-Taste, zum Beispiel mit dem Daumen und dann zum Beispiel mit dem Mittelfinger die Tab-Taste, um so zwischen diesen Programmen zu wechseln, die gerade offen sind. Dort, wo ich loslasse, dort springt die Software hin. Auf Windows funktioniert das genauso, nur anstatt mit der Command-Taste, mit der Windows-Logo-Taste. Und nun drei Tastenkürzel, die in Browsern funktionieren, also in den Programmen, mit denen du im Internet surfst, zum Beispiel Chrome, Firefox, Safari und so weiter. In jedem Browser kann ich mit Command-L auf Windows mit Steuerung-L in die Adresszeile springen. Der dort vorhandene Text ist dann schon ausgewählt und ich kann direkt losschreiben, denn markierter Text wird beim Schreiben überschrieben. Mit Command-T auf Windows-Steuerung-T kann ich einen neuen Tab aufmachen. Der Cursor sitzt dann ebenfalls bereits in der Adressleiste und ich kann direkt schreiben. Mit Command-F auf Windows-Steuerung-F bekomme ich ein Suchfeld, mit dem ich auf der Seite suchen kann. Wenn ich dann tippe, werden die Suchergebnisse markiert. Und hier noch ein Bonus. Die folgenden Kürzel funktionieren in Programmen, in denen du mit Text arbeiten kannst. In einem Text-Dokument kann ich mit den Pfeiltasten den Cursor bewegen. Wenn ich dabei die Shift-Taste drücke, dann werden die Buchstaben, über die der Cursor fährt, markiert. Auf dem Mac mit Alt und auf Windows mit Steuerung kann ich um ein ganzes Wort springen. Wenn ich dabei gleichzeitig die Shift-Taste drücke, kann ich ganze Wörter markieren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video war nützlich für dich. Falls ja, würde ich mich freuen, wenn du mir einen Daumen hoch da lässt. Wenn du auch in Zukunft solche oder ähnliche Videos schauen möchtest, kannst du gerne meinen Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.